Willkommen zu den Vivi-News. Im heutigen Video schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Disney-NFT-Drop an. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop nochmal genauer an. Und wir schauen uns auf jeden Fall viele, viele weitere Themen an, was zum Beispiel Binance mit Vivi momentan zu tun hat. Und auch zum Beispiel nochmal die Zusammenfassung von dem AMA mit David Yu und Queen Vivi, wo auf jeden Fall nochmal einige sehr interessante Punkte genannt wurden. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute habe ich wirklich eine Menge, Menge mit dabei, denn ja, das ist das erste Video, glaube ich, seit Donnerstag, letzter Woche. Dementsprechend ist es auf jeden Fall einiges an Zeit vergangen und es ist auch einiges passiert. Und dementsprechend würde ich sagen, schnacken wir heute gar nicht lange rum. Ich habe für die ganzen Themen Timesteps gemacht, da das ganze Video wahrscheinlich etwas länger werden wird und du dir im Prinzip das raussuchen kannst, was du dir wirklich anschauen möchtest. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem Video. Und als erstes schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Disney-NFT-Job an. Und zwar nämlich für den Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich die nächste NFT-Collection von Walt Disney Animation Studios. Und zwar nämlich zu dem Film Encanto. Beziehungsweise, ja, im Prinzip ist das eine Serie. Und hier bekommen wir insgesamt drei digitale Collectibles. Natürlich wie immer im Blindbox-Format. Und hier sehen wir auf jeden Fall das Ganze noch einmal. Ich muss sagen, tatsächlich so erstmal vom ersten Blick her sieht die Grafik ziemlich gut aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was für weitere Charaktere wir hier auf jeden Fall noch bekommen werden. Ich gehe auch davon aus, dass der ganze Drop tatsächlich nicht ausverkauft sein wird, weil das, glaube ich, nicht so ein sehr besonderes Collectible ist. Ich persönlich werde den Drop auf jeden Fall skippen. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Comic-Drop an. Und zwar nämlich der heute stattfinden wird um 17 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze ist Tales of Suspense, Hashtag 94. Das sind einmal die Cover, die wir hier an dieser Stelle bekommen werden. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das Common-Cover an dieser Stelle doch sehr, sehr cool. Dementsprechend werde ich das Ganze auf jeden Fall mitnehmen. Das Ganze hat natürlich wieder exklusive Rare- und auch Ultra-Cover. Und wir haben hier die First Appearance of Modork. Außerdem ist das Ganze mit einer 10.000 Edition-Auflage an dieser Stelle versehen. Also, ja, relativ Basic-mäßig. Und auch der Preis auf Go-Collect ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das mal anschaut. Und 9.6 für 1749 in 2020 verkauft worden. Ist natürlich schon etwas her, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall kein schlechter Preis. Auf jeden Fall deutlich mehr als bei den letzten Comics. Und ansonsten kommen wir mal auf eine Spekulation zu sprechen. Und zwar nämlich eBay X Disney, beziehungsweise Vivi an dieser Stelle. Denn wie ihr zum Beispiel seht hier an dieser Stelle bei eBay, ja, seht ihr hier Disney. Und das bei der Shop-Kategorie. Und das ist natürlich recht interessant. Wir haben es hier tatsächlich auch mit einem NFT zu tun, welches wir auch, wie wir auch haben. Dementsprechend, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass Disney natürlich hier selber sagt, okay, wir wollen hier nicht auf OpenSea oder sowas gelistet werden, sondern bei eBay-NFTs, beziehungsweise unter der Kategorie eBay-NFTs. Wir sehen jetzt auch schon hier, sind auch schon ein paar NFTs. Ja, aber das ist tatsächlich alles noch von alter Zeit. Also hier, das ist einfach nur mit einem Bild reingestellt. Ja, das sind halt einfach noch aus den Zeiten, wo man sich das Ganze transferieren konnte. Das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Dementsprechend ist das Ganze tatsächlich auch nicht mehr relevant. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Entdeckung und könnte auf jeden Fall hier in Zukunft einen ordentlichen Push sorgen, wenn Disney sich wirklich entscheiden sollte, zum Beispiel den eBay-Marktplatz hier zu nutzen und jetzt wirklich mehr oder weniger auf größere und seriösere Unternehmen als zum Beispiel OpenSea zu vertrauen. Und ich meine, eBay ist halt auch einfach nur ein riesiges Unternehmen, das gibt es nicht seit gestern und hat, denke ich, dementsprechend auch sehr viel mehr Vertrauen. Außerdem könnte man so auch schon bestehende Sammler aus eBay zum Beispiel abholen, beziehungsweise aufmerksam machen auf Disney-NFTs, was Disney an dieser Stelle natürlich sehr zuvorkommen würde. Im Anschluss kommen wir dann jetzt zum Queen Vivi, beziehungsweise David UMA, was tatsächlich auch schon letzte Woche war. Und da waren auf jeden Fall noch mal ein paar sehr interessante Sachen. Der erste Punkt, der auf jeden Fall recht interessant war an dieser Stelle, ist zum Beispiel, dass tatsächlich ja Vivi, wie wir wissen, mit Apple zusammenarbeitet, aber tatsächlich nicht auf der Weise, dass sie zum Beispiel schon Inside-Infos haben, also jetzt zum Beispiel schon mit der AR-Brille arbeiten, beziehungsweise dort schon Vivi integrieren. Das würde erst dann passieren, wenn auch wirklich die Apple-Glasses an dieser Stelle auch für uns öffentlich sind. Also das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Außerdem hat David UMA angesprochen, dass es eventuell auch möglich sein könnte, dass tatsächlich auch Vivi auf eine andere Chain wechselt in Zukunft, wenn die Ethereum-Blockchain irgendwann doch nicht mehr so gut sein sollte. Und dann könnte zum Beispiel eine Migration auf Polygon oder auf weitere Chains möglich sein. Das hat er an dieser Stelle definitiv nicht ausgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu einem schwierigen Thema. Ich persönlich habe das auch mehrmals angehört, aber ich bin da einfach nicht so ganz durchgestiegen, wie genau das David U jetzt meint. Aber auf jeden Fall meinten er, dass er mit Pokémon tatsächlich, beziehungsweise Vivi mit Pokémon im Gespräch ist, wie man tatsächlich, ja, Pokémon gut ins Web-Free einbinden könnte und dementsprechend wahrscheinlich auch bei Vivi mit reinholen könnte. Ja, also hier auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Info zum Thema Pokémon für alle Leute. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall Pokémon sehen werden, aber hier sind sie auf jeden Fall laut David U, auf jeden Fall in Gesprächen. Außerdem gibt es auch endlich die Klärung von David U, was die 17k Spider-Mans angeht, beziehungsweise auch die Obi-Wans, die teilweise in den Wallets fahren. Ich blende in dieser Stelle hier gerade nochmal das Video ein, was ich dazu gemacht habe. Schaust dir auf jeden Fall sehr gerne an, wenn du jetzt nicht weißt, worum es da wirklich geht hier an dieser Stelle. Auf jeden Fall, alle Spider-Mans sind anscheinend an dieser Stelle, beziehungsweise die Spider-Mans dort sind tatsächlich auf den Vivi-Wallets. Das waren anscheinend alles Bot-Wallets, wurden jetzt aber tatsächlich von Vivi beschlagnahmt. Das heißt, die ganzen NFTs sind auf jeden Fall erstmal in sicheren Händen, wenn man es so nennen möchte und kommen erstmal nicht so schnell in den Umlauf, beziehungsweise sind bei Wallets, die wir auf jeden Fall jetzt zuordnen können. Außerdem sollen anscheinend generell Bot-Wallets in Zukunft deutlich mehr, auf jeden Fall dann auch zu Vivi-Wallets werden. Dementsprechend wird da im Prinzip auch einiges an Collectibles wahrscheinlich wieder reingeholt und vielleicht auch irgendwann wieder im Store gelangen. Wer weiß, was da auf jeden Fall dann Vivi mit Marvel zum Beispiel auch aushandelt, wo die NFTs dann hingehen, ob sie geburnt werden oder ob sie doch nochmal in den Marktplatz zurückkommen sollten. Nun kommen wir zum Thema Omi-Token und hier geht das tatsächlich auch recht interessant her, denn sie sind anscheinend im Gespräch mit weiteren Exchanges, um hier auch dann wirklich die Exchanges voranzutreiben, was den Omi-Token angeht. Und es gab tatsächlich auch einen sehr interessanten Zufall oder auch ein Schicksal, was man so nennen möchte, denn Omi war tatsächlich kurz davor mit einer großen Exchange einen Vertrag zu schließen und dann ist diese Börse pleite gegangen. Und ja, um welche Börse wird es sich wahrscheinlich gehandelt haben? Genau, um FTX. Und das ist tatsächlich recht interessant und auch kurios, dass das tatsächlich einfach nur vergessen wurde, tatsächlich von den Verträgen von Omis Seite die Verträge zu unterzeichnen, weil sie einfach sehr viel am Reisen waren. Also hier Glück um Unglück, aber ich denke auf jeden Fall, dass ein Binance-Listing dieses Jahr nicht mehr allzu weit entfernt ist. Wir kommen auf jeden Fall aber auch gleich nochmal auf das Binance-Thema zu sprechen. Außerdem sind sie da anscheinend auch sehr, sehr vorsichtig, was die Listings angeht, denn sie wollen wirklich abgesichert sein und wirklich zu 100% Vertrauen in die ganze Exchange stecken, um natürlich auch uns User zu schützen, was ich erstmal aber tatsächlich einen sehr, sehr guten Weg finde, auch wenn wir damit erstmal nicht auf vielen Exchanges gelistet werden. Aber mir persönlich ist die Sicherheit der User bzw. die Leute, die dann auch Omid-Token kaufen, sehr wichtig. Dann kommen wir zum Thema MCP bzw. Viviverse. Und dort sieht es tatsächlich auch sehr gut aus und wir kommen also langsam auch in die Beta-Phase vom Viviverse, denn Ende Q1 bzw. Anfang Q2 soll es anscheinend soweit sein mit der ersten Beta-Phase fürs Viviverse. Das heißt, dann bekommen auf jeden Fall die ersten Leute ihre Einlagen bzw. die Voltaholics und dann wird das Ganze immer Stück für Stück ausgerollt, auch fürs Viviverse. Dann gab es tatsächlich noch ein paar weitere Drop-Informationen und zwar soll tatsächlich auch der kleine Prinz noch dieses Jahr kommen, so wie natürlich auch viele weitere Brands, zum Beispiel DS Automobile oder auch Citroën, wo wir auch eine Lizenz bzw. eine Partnerschaft haben. Aber da meinte David Yu, das wird wahrscheinlich einfach in den kommenden Jahren dann auch kommen. Die Lizenz bzw. auch die Partnerschaft besteht weiterhin und dort gibt es auf jeden Fall keinen Ärger in dem Sinne, sondern es braucht einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Der große Monat März wird außerdem auch sehr interessant, denn hier soll dann tatsächlich wirklich fast jeden Tag mindestens ein Drop sein. Unter anderem soll tatsächlich auch die eine oder andere neue IP released werden und es soll tatsächlich auch eine IP da mit dabei sein, wo viele Leute mit aufgewachsen sind und die tatsächlich auch viele Leute kennen. Ja, ich persönlich habe da auf jeden Fall auch so ein paar Vermutungen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal sehr gerne eure Vermutungen unten in die Kommentare schreiben, was das ganze Thema angeht. Anschließend kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Binance zu sprechen und zwar gibt es nämlich bald ein AMA und zwar nämlich mit David Yu und Binance und das ist tatsächlich recht interessant, denn ja, Binance ist natürlich hier an dieser Stelle schon mit einer der größten Exchanges und der andere wird jetzt denken, oh mein Gott, das ist ja mega bullisch für Omi, aber es geht an dieser Stelle wirklich um NFTs und zwar nämlich wirklich rein um Vivi. Es könnte aber natürlich an dieser Stelle auch einen sehr positiven Impact auf Vivi haben, wenn natürlich dieses Interview stattfindet. Außerdem wäre natürlich auch noch eine Integration möglich in den Binance NFT Marktplatz. Das heißt, dass man über den Binance NFT Marktplatz dann auch Vivi NFTs kaufen kann. Das wäre natürlich eine grandiose Sache und würde auf jeden Fall einen großen Schritt zum Mass Adaption beitragen. Für alle Leute, die übrigens V-Mate nutzen, ab sofort ist die Pro-Version für euch verfügbar und zwar entweder, wenn ihr 100 Dollar in V-Mate-Token in der App habt oder 200 Dollar in Omi-Token zum Staken. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall an dieser Stelle für angesprochen haben wollte, für die Leute, die das Ganze nutzen sollten. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Marktdaten an von der guten Kelly beziehungsweise aka ViviFox und die hat uns das super mal wieder hier zusammengefasst. Insgesamt hatten wir in dieser Woche um die 17.000 aktive Wallets. Insgesamt 18% mehr Trader als letzten Monat. Insgesamt also 41.000 Trades. Insgesamt hatten wir 44% mehr Käufer und 39% mehr Verkäufer. An dieser Stelle sehen wir tatsächlich eine positive Entwicklung auch bei den Käufern im Gegensatz zu den Verkäufern, was eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen zum momentan Zeitpunkt erstmal ist. Und zum Schluss schauen wir uns dann auf jeden Fall nochmal den Omi-Token an. Der sieht nämlich momentan tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Denn momentan sind wir zwar 6,8% im Minus, sind aber tatsächlich die letzten Tage nochmal ordentlich nach oben gegangen. Allein in den letzten siebten Tagen 25%, was schon eine ordentliche Hausnummer ist. Und wenn wir uns jetzt den Chart nochmal genau anschauen, dann habe ich das Ganze nochmal so schön eingezeichnet für euch. Wir haben hier in dem Prinzip diese drei Wellen. Und ja, das Ganze hat tatsächlich auch hier sehr schön reagiert auf dieser Zone, wo wir das letzte Mal hier absorbiert wurden und weiter abverkauft wurden. Jetzt haben wir tatsächlich aber hier eine positive Reaktion. Wir hatten hier nochmal ein neues High High im Gegensatz zu diesem High und haben jetzt tatsächlich hier auch auf dieser Support reagiert und wie ihr seht auch positiv. Jetzt wird das auf jeden Fall interessant. Machen wir über diesem High hier nochmal ein High und wie weit geht das? Ich persönlich gehe auf jeden Fall, wenn überhaupt, von aus, dass wir diese Bereiche von hier oben, also 0,014 bis 0,015 laufen sollten. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal eine Korrektur erwarten, die auf jeden Fall auch nochmal hier in diese Bereiche gehen kann. Das Ganze sei natürlich nur meine persönliche Meinung und dementsprechend musst du dann natürlich auch nicht nachkaufen. Ich kann mich an dieser Stelle natürlich wie immer auch irren. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.